Hallo, ich bin Nessi. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, spiele ich am 4. Juli als Opening Act vor SASS auf dem Jazz Open in Stuttgart. Und auch ihr könnt dabei sein. Ihr könnt auf dem Jazz Open 2013 spielen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist, euch bewerben beim Bandwettbewerb Playground BW. Alles, was ihr darüber wissen müsst und alle Unterlagen, findet ihr auf Facebook. Und ich drücke euch die Daumen und wir sehen uns im Juli.